Jetzt krieg ich dich endlich, ich seh dich dann in etwa 10 Jahren. Du wirst irgendwo hingehen. Der Kleine aus London ist vor ein paar Stunden rausgekommen. Ich koordiniere ein Treffen mit ihm. Lassen wir jetzt die Umarmung, wir könnten bald Millionäre sein. Also ist es nur eine Legende, ja? Millionen, die in der Wüste vergraben sind. So viele haben danach gesucht und dann nichts. Keine Chance, dass wir einfach 33 Millionen Dollar irgendwo und nirgendwo der Wüste finden. Zeig uns, wo wir graben sind. Heute ist der Tag, an dem dieser gottverdammte Vogel sein Nest verlassen hat. Du sagst mir jetzt, was du geplant hast. Die war tickt. Was tust du jetzt in der Zwischenzeit? Ich bin auf Bewährung. Ich suche den Job. Nur eine Sekunde. Haben Sie während der Arbeitszeit schon mal eine Waffel benutzt? Tragen Sie hier welche? Tun wir nicht, aber ich war einfach nur mehr gierig. Du wirst wieder in den Knast gehen. Verließen Sie das Leben. Es ist nicht das, worum es geht. Sie sind verrückt. Ein bisschen. Nur auf amüsante Weise. Richtig. Hier ist doch die Frage nach einem erfolgreichen Abschluss nach Ihrer sechsjährigen Jagd. Sie sehen mich nie wieder. Richtig. Wir sind nur die Bauern auf seinem Spielbrett. Was ist mit dem Geld? Das heißt, irgendwo liegt es vergraben. Wir sind bl autism. Ich bin ein bisschen D случай. Siniiily. Wir sind auf dem Geld.